Das ist mit der Gesicht-Reflexzone-Therapie eine Methode, von Vietnam vor 38 Jahren, Dr. Professor Buigoccio hat er entdeckt. Wir haben so viele schöne Widerpunkte auf dem Gesicht und wenn wir erkennen, dann können wir auch sehr gut diese, man kann auch nennen, Lichteinschatten auf dem Gesicht und die Heimkraft in uns aktivieren, damit wir gesünder sind. Nebenbei mache ich auch die Innerweite, dann können wir auch mit dem Unterbewusstsein kommunizieren und dadurch kann man auch wieder zurück zu sich finden und diese Blockade löschen und alles wieder in Frieden. Und dann ist alles frei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.